Was ist das, wie er sich mit Gott gibt? der letzte aller Propheten ist. Allahs Segen heile auf ihm und auf all diejenigen, die in seine Fußschapfen treten, bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Meine lieben Geschwister, über was sollten wir sonst reden an diesen gesegneten, edlenen Tagen, als über den Gast, der uns für einen Monat lang besucht und mit sich all diese Gunsterweisungen, und Allahs Subhanahu Wa Ta'ala trägt und die Segnungen Allahs und die Vergebung Allahs und als würde dieser Monat nur danach rufen, dass wir diese Möglichkeit ausnutzen, damit Allah Subhanahu Wa Ta'ala uns in seine Gnade eingehen lässt. Dieser Monat ist eine ideale Möglichkeit, mit sich selbst Rechenschaft abzulegen, bevor Allah mit einem Rechenschaft ablegt, sich selbst an diesem Maßstab des Koran und der Sunna des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam zu messen, um zu sehen, wo ist die Theorie und wo ist die Praxis davon und in welchem Verhältnis stehen diese beiden miteinander, auf das Allah Azza wa Jalla uns in diesem Monat zu denjenigen Menschen macht, von denen er annimmt. Denn liebe Geschwister, wie wir alle wissen, hat Allah Subhanahu Wa Ta'ala uns das Fasten auferregt, damit wir Taqwa erlangen. Und diese Taqwa ist nämlich ein Grund dafür, dass Allah Subhanahu Wa Ta'ala von uns unsere Ibadat annimmt, denn er sagte, Das heißt, im Wesentlichen nimmt Allah nur von den Muttaqin an, von den Leuten, die Taqwa haben. Möge Allah Azza wa Jalla mich und euch zu ihnen machen. Meine lieben Geschwister, es ist der Monat, über den uns der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam berichtet hat, dass in ihm die Tore des Himmels geöffnet werden. Gleichzeitig werden die Tore der Hölle fest versiegelt und gleichzeitig werden die Satane in Ketten gelegt. Und dass der Himmel geöffnet wird, ist ein Hinweis darauf, dass Allah in diesem Monat die Bittgebete erhört und die guten Taten akzeptiert. Und dass die Satane in Ketten gelegt werden, ist ein Hinweis darauf, dass das Übel verringert wird und dass die Menschen eher die Möglichkeit haben, Gutes zu tun. Als würde Allah Azza wa Jalla uns dabei helfen, unterstützen, indem er unsere Feinde in Ketten legt. Meine lieben Geschwister, ebenso hat es dieser Monat eine wirkliche gute Möglichkeit für all diejenigen, die sich selbst gegenüber sündhaft geworden sind und damit übertrieben haben. Es ist eine Möglichkeit für sie, den Weg zu Allah Subhanahu Wa Ta'ala zurückzufinden. Und wie viele Gesichter haben wir in diesen Tagen schon in dieser Moschee sehen dürfen von unseren lieben gläubigen Geschwistern, die uns diese Gesichter vor diesem Monat vorenthalten haben, auf das Allah Subhanahu Wa Ta'ala ihre Beziehung mit dieser Moschee, mit diesem heiligen Ort festigt und stärkt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, liebe Geschwister, für euch alle eine Frohbotschaft. Er sagte, wer in diesem Monat als Gläubiger fastet und auf die Belohnung Allahs hoffend fastet, dem werden seine vergangenen Sünden alle vergeben. Und das ist ein Beispiel dafür, wie Allah Azza wa Jal die Tore des Himmels geöffnet hat. Ich möchte darauf hinweisen, dass auch wenn wir fasten und das Fasten oft in Verbindung gebracht wird, damit, dass jemand nicht so aktiv ist und dass jemand vielleicht sogar im Gegenteil sogar vielleicht faulenzt und ähnliches, sollten wir uns daran erinnern, dass in der islamischen Geschichte der Monat Ramadan derjenige Monat war, in dem sich ganz wichtige historische Ereignisse abgespielt haben und dazu gehört, wie wir alle wissen, die Schlacht von Bedr, die stattgefunden hat im zweiten Jahr nach der Hijra des Propheten sallallahu alayhi wa sallam und ebenso die Befreiung von Andalusien und im Jahr 92 unter der Führung von Tariq ibn Siyad und eines der wichtigsten Angelegenheiten, wir wissen, dass in diesem Monat, im achten Jahr nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alayhi wa sallam Makkah befreit worden ist. Das ist der Monat, in dem der Prophet sallallahu alayhi wa sallam und die Sahaba radiyallahu ta'ala anhum den Shirk und die Wathariya, das heißt den Götzendienst und das Götzentum vollkommen beseitigt haben und Makkah davon gereinigt haben und die Götzen dort zerstört haben am Heiligen Haus. Das ist der Monat, in dem, von dem wir bis zum heutigen Tag, von diesem eigenen, bis zum heutigen Tag profitieren und deswegen können wir die Hajj vollziehen und die Umrah vollziehen, sondern Gebete dort vollziehen und wir beten niemanden dort mehr an, außer Allah sallallahu wa sallam. Deswegen, liebe Geschwister, auch wenn dieser Monat oft, wie ich gesagt habe, mit Inaktivitäten in Verbindung gebracht wird, es ist in Wirklichkeit zu der Zeit der damaligen rechtschaffenersten Menschen genau das Gegenteil davon gewesen. Die Befreiung Makkahs war Grund dafür, dass die gesamte arabische Halbinsel den Islam angenommen hat und daraufhin hat der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam angefangen, Briefe zu schicken und zu schreiben an die Länder rein umherum, damit auch sie von der Barmherzigkeit des Islam profitieren dürfen. Und genauso wie Allah sallallahu alayhi wa sallam die Tore des Himmels für diese edlen Menschen geöffnet hat, genauso öffnet er sallallahu alayhi wa sallam auch die Tore des Himmels in diesem Monat für diejenigen Menschen, die sich selbst gegenüber sündhaft gewesen sind und damit übertrieben haben. Sobald der Monat Ramadan verkündet wird, fangen schon die Ersten an, sich Allah sallallahu alayhi wa sallam reuevoll zuzuwenden. Sie finden plötzlich den Weg zur Moschee, den sie vorher nie gefunden haben und all dies, weil Allah dich unterstützt, indem er die Satane in Ketten gelegt hat. Und es fangen diejenigen Menschen, die übertrieben haben und maßlos gegenüber sich selbst gewesen sind, sie fangen damit an zu bereuen und sie fangen an, in ihrem Herz diesen Schmerz zu verspüren und sich zu sagen, wie konnte ich diese Beziehung zu meinem Herrn so vernachlässigen und wie konnte ich diese Zeit an einem anderen Ort als Gast in den Häusern Allahs subhanahu wa ta'ala verbringen. Meine lieben Geschwister, dieser Monat ist die ideale Möglichkeit, dass wir uns Allah azza wa jall mehr zuwenden, als wir es sonst schon tun und ganz besonders mit dem edlen Koran al-Karim. Denn der Koran al-Karim wurde in diesem edlen Monat herabgesandt und in manchen Überlieferungen wird auch geschrieben und gesagt, dass auch die anderen Bücher Allahs subhanahu wa ta'ala in diesem edlen Monat herabgesandt worden sind. Und deswegen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat diesen Monat ausgenutzt und er war der Imam der Muslime, er war der Führer der Muslime, er war mehr als nur ein König alaihi salatu wa sallam, er war der Prophet und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, er hat sich die Zeit im Monat Ramadan genommen, er hat sich in die Moschee zurückgezogen, um sich den Worten Allahs azza wa jall zu widmen und ebenso haben das die uns vorausgegangen rechtschaffenden Menschen ebenfalls gemacht. Lieber Bruder, liebe Schwester, sei gewarnt davor, gerade an diesem Tag, gerade an diesen Tagen des Monats Ramadan Sünden zu begehen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns davor ausdrücklich gewarnt und uns klar gemacht, dass das Fasten nicht nur bedeutet, sich vor Essen und vom Essen und Trinken zurückzuhalten, sondern dass es beim Fasten sehr wohl auch darum geht, allgemein sich den Sünden zu entsagen. Denn es kann ja nicht sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns tagsüber Dinge verbietet zu tun, die eigentlich erlaubt sind, wie Essen und Trinken und dann beginnen wir Dinge, die sowieso haram sind, auch außerhalb dieses Monats. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einem Hadith bei Sunnah Ibn Majah er sagte, so manch ein Fastender hat von seinem Fasten nichts anderes als Hunger. So manch ein Fastender hat von seinem Fasten nichts anderes als Hunger und dann sagt er sallallahu alaihi wa sallam und so manch einer der Nacht betet hat von seinem Nachtgebet nichts anderes als, dass er eben wach geblieben ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch davor bewahren, dass wir von unseren guten Taten nichts haben, dass wir umsonst unsere Zeit verschwenden und am Ende weder etwas in der Dunia davon haben noch in der Akhira etwas davon haben. Meine lieben Geschwister, Imam al-Zuhri rahimahullah sagte, als der Monat eingetroffen, wenn der Monat Ramadan eintraf, dann sagte er rahimahullah, das ist der Monat, in dem man den Koran liest und die Menschen speist. Das ist der Monat, in dem man den Koran liest, das ist klar geworden, denke ich, habe ich genug verdeutlicht und das ist der Monat, in dem man die Armen speist. Denn nicht nur die Armen speist, sondern allgemein die Menschen speist, denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns aufgefordert, in diesem Monat die Sakat al-Fatr am Ende zu bezahlen. Dann hat er uns aufgefordert, oder angespornt, fastenden Menschen etwas zu essen, zu geben, zum Fastenbrechen Zeit, denn dadurch werden wir die gleiche Belohnung bekommen, wie jemand, der selbst gefastet hat. Und liebe Geschwister, da sehen wir, dass diese Menschen verstanden haben, dass wir uns in diesem Monat auf bestimmte Dinge konzentrieren sollten. Und wenn wir einmal nachschauen, gibt es verschiedene der uns voraussetzlichen Menschen, wie Imam Malik, rahimahullah, die in diesem Monat sich allen anderen Sachen entsagt haben. Dieser Imam, dieser Gelehrte, dieser Fiqh-Gelehrte, dieser Hadith-Gelehrte, hat in diesem Monat keine Sitzung gehalten über Hadith, keine Sitzung gehalten über den Fiqh, keine Sitzung gehalten über andere Wissenschaften, sondern er hat sich zurückgezogen, um aus dem edlenen Muschaf den Koran zu lesen. Und so wird über ihn überliefert, rahimahullah, und über andere, dass sie im Monat Ramadan häufig den Koran gelesen haben. Unser einer kämpft damit und versucht, den Koran einmal wenigstens in diesem Monat zu lesen. Aber schaut euch mal an, Imam Qatada, rahimahullah, er gehört zu den Tabi'in, er pflegte außerhalb vom Ramadan, den Koran wöchentlich einmal durchzulesen. Also hat er ihn in sieben Teile geteilt und alle sieben Tage war er einmal mit dem Koran fertig. Im Ramadan machte er das alle drei Tage lang. Jeden Tag las er also ungefähr 200 Seiten. Und in den letzten zehn Nächten von Ramadan hat er sogar den edlenen Koran Karim jede Nacht einmal gelesen, jeden Tag einmal gelesen. Und den Koran einmal pro Tag zu lesen, für denjenigen, der an das Lesen gewöhnt ist, der schafft das in circa zehn Stunden, wenn nicht sogar weniger. Das heißt also, sie haben tatsächlich ihre Zeit dafür geopfert, in diesem edlenen Koran Karim, darin ihre Zeit. Und wenn wir sagen Koran lesen, dann gehört nicht nur das Lesen, einfach das bloße Lesen dazu, sondern dazu gehört auch insha'Allah wa ta'ala, dass man sich bewusst macht, die Bedeutungen des edlenen Koran, also sollst du auch insha'Allah ta'ala auch mal eine Übersetzung zur Hand nehmen, wenn du das Ahabische nicht verstehst. Und dazu gehört auch insha'Allah das Auswendig Lernen des Koran. Denn diese Imame kannten den Koran auswendig, aber unser einer will ihn noch auswendig lernen, also ist es insha'Allah ta'ala besser eine Seite auswendig zu lernen, die du dann bis zu deinem Tod insha'Allah ta'ala auswendig kannst, als vielleicht eine Seite zu lesen und das war's dann auch schon. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, Gutes zu tun und besonders uns den Koran zu widmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, die Gebete in der Gemeinschaft der Muslime zu verrichten. Meine lieben Geschwister, wir reden über das Fasten und zu guter Letzt möchte ich sagen, wir reden über das Fasten und das Fasten ist natürlich eine Säule und die vierte Säule des Islam zweifellos, aber wir dürfen nicht vergessen, die zweite Säule unserer Religion, das Fartgebet, das Pflichtgebet. Es kann nicht sein, dass man fastet, aber sein Pflichtgebet vernachlässigt und es kann nicht sein, dass man freiwillig fastet, aber seine Pflichten vernachlässigt und deswegen, liebe Geschwister, achtet darauf, eure Gebete zu verrichten zu den vorgeschriebenen Zeiten und ganz besonders wissen wir, das Gebet ist in der Gemeinschaft der Moschee viel wertvoller und wird in der Gemeinschaft der Moschee mit viel mehr Khushu'ah verrichtet und wird in der Gemeinschaft der Moschee viel höher angesehen bei Allah subhanahu wa ta'ala und auch du selbst weißt, dass ein Gebet, das du in der Gemeinschaft der Muslime verrichtest, dass du es auf viel bessere Art und Weise mit viel mehr Demut verrichtest, als wenn du es zu Hause einfach nur hinklatschst. Mag Allah subhanahu wa ta'ala von mich und euch An-Naman wa salli Allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad an-Naman Al-Naman